Willkommen liebe Freunde zurück zu Let's Play T... 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 Ja, ja, genau, genau das... Alter, ich esse grade, weißt du... So, mit dabei ist der Lennow, der Pezet, der Bronzer, der Major, ist Andy auch dabei. Ich werd bekloppt, da geht mir direkt der Knopf auf und natürlich Currywurst und Tobinado und natürlich der Tarroslos. Guten Abend. Ja, ich bin natürlich mal wieder kein Traitor in letzter Runde, war ich auch kein Traitor. Find ich alles ein bisschen scheiße hier bei dem Spiel. Ich will nicht mehr. Waschmaschine. Als ob ich Traitor bin. Herzlich Willkommen zur Tagesschau. Der Minister Peter hat die Tür zugemacht. Nein. Und... Da ist jemand tot. Hinter euch, hinter euch ist jemand gestorben. Michael Jackson. Lennow ist down. Curry, oder warst du das Curry, hast du durch die Tür geschossen? Ey, ich war doch hier im Raum, als ihr da im Flur wart, Mann. Tarros schießt! Tarros schießt! Alle, was geht denn hier? Hilfe, Hilfe! Major? Ich stehe unter Beschuss von Tarros. Wo ist das, Tobi? Ich hab Schüsse gehört. Pass auf, Curry, das ist Tarros! Komm denn ich? Was ist das hier? Sascha, warte, ich geh gucken, ich geh gucken. Was ist das hier? Tobi, was ist das hier? Und? Ja, ja, Sascha war's, guck doch. Okay, okay, okay. Also ich bin mit Dennis und Payzett gerade hier. Okay, Curry ist es nicht, aber Curry hat einen Traitor getötet. Wir sind schon mal raus. Major ist die Tür rein, offen ist es. Lennow ist tot. Ja, ist klar. Major hat den einen Fuß vor den anderen gesetzt, Major ist es. Was ist denn hier? Voll das Indiz, Alter. Cool. Oh, ja. Indiz, wo bist du? Hallo, Tobi. Was hast du da für ne Pistole? Was hast du da für ne Pistole? Das hab ich bei euer Gangger hin. Das hab ich bei euer Gangger hin. Tobi Traitor. Major. Tobi hat die Traitor-Waffe erschrocken. Major, ich hätte dich schon längst abgeknallt, wenn ich jetzt Traitor war. Ey, kannst du mal auf die Säge hier so rumzuschießen? Was ist mit dir? Okay, warte mal. Ich heb die mal an. Mal gucken, ob es geht. Tobi, ich mach jetzt einen Test mit dir, ja? Ja. Guck mal. Ich nehme jetzt hier die Banane. Major, Alter. Wenn du die gerade biegen kannst, dann bist du kein Traitor. Alter. Patrick, was tust du da? Ey, Patrick hat geschossen, Leute. Patrick ist Traitor. Na, ich will nicht. Der hat mit der Pistole auf mich geschossen von hinten. Okay, Tobi ist Traitor. Was sagst du dazu, Patrick? Du hast die Banane nicht gerade geschossen. Ja, er schießt wieder. Er ist hier hinten. Patrick, oder was? Alter, Patrick ist wieder so ruhig. Bist du tot, Major? Nee! Nee! Wie er sich noch nicht mal verteidigt, wenn er beschuldigt wird. Oh! Komm mit... Was tut denn hier, Alter? Ich geh dir nicht mehr raus. Ich geh dir nicht mehr raus! Ich komm hoch, Alter! Ich geb dir die Hand! Ich geh dir nicht mehr raus! Okay, das ist aber ärgerlich. Das ist so spannend. Wir können dich töten, wenn du willst. Nein, nein, nein. Hier brauchst du aber mal den Kühlschrank vielleicht davor schieben. Alter, mach mal, mach mal. Was seid ihr denn für Assis? Ich würde den sogar nein schieben, Mann. Wenn jetzt jemand sagt, ich will campen, ne? Guck mal, das geht. Das geht aber nicht, glaube ich. Guck mal, ich hab eine Granate. Soll ich dich erlösen? Nein! Wenn mich jetzt irgendeiner von euch töte, nicht? Joey, was tust du da? Ich bin gefangen, in einem... Alter! Wer war das? In einem Lastenaufzug bin ich gefangen. Alter, Bubi? Nee. Was hast du denn in der Hand? Was hast du denn in der Hand? Die Granate, die ich schon die ganze Zeit hatte. Deswegen konnte ich ja die andere nicht werfen. Machst du da, Curry. Nee, brauchst gar nicht auf mich zählen. Hey, hör dir die Tür zu! Alter, ernsthaft? Seid ihr solche Assis? Das wusste ich gar nicht. Das wusste ich gar nicht. Dennis! Hey, hey, hey! PayZ ist es, PayZ ist es! PayZ! Patrick! LOL! Nee. So, wo ist Dennis? Dennis ist es, Dennis! Dennis brauchst du, Dennis, 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 Dennis. Dennis ist es! Rausse! 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 Alter, das kann doch nicht sein, dass wir das nicht hinbekommen! Patrick, warum hast du denn geschossen? Oh Mann! Was ist denn falsch mit dir Patrick? Was ist mit dir los, ey? Alter, warum schießt du denn auf uns? Hallo, wir waren drei Traitor! Wir hätten uns locker hinbekommen! Drei? Junge! Ihr habt mir das nicht geholfen? Junge! Ihr habt mir das nicht geholfen! Voll die schlechte Ab... Brrrr! Brrrr! Warte mal kurz! Wieso denn drei Traitor? Nein, drei Traitor, Alter! Nein, ich war Traitor! Ich dachte schon, ey! Alter, wie krass ist das denn, Alter? Ja, es gibt drei Traitor, weil wir so viele Spieler sind! Ja, es gibt drei Traitor, weil wir so viele Spieler sind! Das hat gar nicht funktioniert! Alter, wie habt ihr alle abgehauen seid? Nee, Patrick, das Problem ist... Äh... Loll! Ich hab den Dennis lachen gehört! Was hat der Netto denn da angestellt in dem Zimmer, Alter? Boah! Das war... Dennis, was ist das Problem? Wir haben den Namen gar nicht geholfen! Wir sind einfach weggelaufen! Ja, jeder... Also, Traitor, die müssen halt selber für sich spielen! Ich finde, da muss man gar kein Team sein! Guck mal, das ist doch gerade das Lustige der Dreck! Guck mal, ein Windows-PC! Wo? Bei Windows 9, ne? Nein, 10! Also, man kann natürlich im Team spielen, da hast du schon recht, aber ich finde so... Bei manchen Sachen muss man auch ein bisschen alleine agieren, so weißt du? Finde ich... Ja, aber jetzt gerade, also das hätten wir eigentlich hinbekommen müssen! Patrick, willst du nicht mal deine Wäsche abhängen? Ja, Moment! Patrick, die Wäsche! Was ist das, Mann? Nein, lass die zwei mal hier alleine! Das kam hier aus dem Raum, ich weiß nicht, was die angestellt haben! What the fuck? Warum stehen die eigentlich so hier untereinander, Mann? Was ist hier los? Ja, da war das Pferd! Huch! Ne, ich... Der Patrick guckt schon wieder so aggressiv! Geh doch mal weg, du Blocker! Geh doch mal aus dem Weg, Alter! Das ist ein Maschinengewehr! Ich hab keine Schrot. Maschinengewehr? Das war measurement! Das war der Boss. Das war der Dane! Den Rosinengewehr! Tem Rosinenbombe oder was! Ei! Eee 맛 отдель nach! Hallo! Sie möchten Ihnen gerne eine Bestellung aufgeben! Wow! Was denn löst das? Du hast doch nur den Monitor weggeschossen! Ich hab den Monitor weggeschossen! Alter, ich hab den fest. Den Monitor. Oh guck mal, guck mal ne Schildkröte. Guck mal hier. Der Schreibtisch hat ne Loll-Lockierung. Oh Alter, hör auf. Guck mal ne Schild. Ey, 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 ey. Bronz, Bronz. Nein, Dennis ist es. Stopp, stopp. Stopp, stopp. Ruhe, ruhe, stopp. Voll die Explosion. Was ist denn los? Was ist denn los mit euch, Mann? So. Ich hab zum Glück niemanden gekillt. Aua, aua, aua. Wer war das jetzt? Mann. Aua, aua. Oh Mann. Ich hab grad ein Leben verloren. Oh nein. So, wir sind noch. Bist du eine Katze? Alter, Granate, 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 Granate. Das war der Major grade. Major? Alter. Paci dich war's. Ich hab's doch gesehen, du standest doch neben mir. Ja, aber die Granate macht keinen Schaden. Lennu, 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 Lennu. Ja, aber warum hast du die geworfen? Lennu bist so schlecht. Lol. Lennu, Alter. Was war das denn jetzt, Lennu, ey? Weißt du, er läuft? Boah. Patrick? 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 Patrick war's, schieß. Nein! Warte, warte, Tobi, kontrollier mal. Nee, ich, ich kontrollier den jetzt nicht. Patrick war's. Okay, dann, ey, wenn einer auf mich schießt, ist Tobi das, ja? Ja. Ich versteck mich hier im Klo. Warum untersuchst du die Leiche, nicht Major? Ich weiß nicht, wie das geht. Wo bist du? Warte, stopp, 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 stopp. Wo? Wo ist der Patrick? Okay, er war Traitor. Hier haben wir's. Major? Ja. Ihr seht es. Erklär mir mal einer, wie man das macht, bitte. Einfach hinstellen und mit E dann. Gleiche gucken und E drücken. Traitor. Traitor, das wird mir ganz... Hallo Sascha, einer von uns muss es doch sein. Ja, aber wer? Ja, Curry ist es bestimmt. Wer? Der versteckt sich irgendwo. Ja, der sagt doch nichts mehr, ne? Mann, ey. Curry, du kleine Pussy. Wie er sich freut, so. Hehehehe. Das ist ein richtiger Spack, Alter. Digga, Kevin. Oh, Alter. Alter, was macht ihr da? Ich weiß nicht, wo der hin ist. Steckt der wieder im Loch fest, oder wat? Lol. Hi. So, der Traitor kommt noch 1 Minuten 40. Wer lebt denn noch alles? Ja, wir drei und Kevin. Der Kevin, der Tobi, du und ich. Alter. Und anscheinend bei Leno, weil irgendwie bietet hier wieder was. Also hier ist er auch nicht. Wo ist der denn hin? Was ist los mit dem Jungen? Der die ganze Zeit still ist. Okay. Tobi ist fast down, weil er den Payset umgebracht hat, ne? Ja, 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 ja. Watt, 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 watt. Okay. Ist das dein Ernst, Sascha? Sascha, wie schlecht war das denn bitte, ey? Ich hab den ersten Schuss halt nicht getroffen. Scheiße. Wer die Suicide Bomb richtig tot gegangen wäre. Der Melcher ist der Beste, ey. Aber was war der Curry denn? Ich war tot. Was hab ich gemacht? Ach so. Wer die Suicide Bomb richtig tot gegangen wäre, die alle tot, man. Aber der, aber der, äh, aber der Dings im Hintergrund, der Curry. Hä? 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 Aber, ähm, so gerade. War das eben für ein Pferdegeräusch? Woher kommen die Pferdegeräusche denn? Das weiß ich nicht. Ehm, lieber nicht nach Major, lass es. Das, das, das... Aus Lennos Popo. Hä? Da nochmal eben was kurzes anschneiden, wenn man tot ist, dann auch wirklich tot. Also, äh? Die Torte, die sich dann sagen so, wow, ich bin tot oder so, irgendwie so, oh mein Gott, und, äh. Aber dann hört man es nicht. Ja, und auch wirklich keine Geräusche oder so abspielen mehr. Also man muss sich schon wirklich an die Regeln halten. Das hat keiner anders spielt. Das ist wirklich ein Ingame gewesen jetzt. Ey, du hast ne Shotgun, die ich gerne hätte. Ja, das stimmt. Also das Pferde-Viren ist irgendwie, weiß ich nicht, oder das Ingame. Das ist irgendwie total der Noob. Ich weiß nicht mal jetzt, wie man Waffen... Ah, mit Kuh, ne? Stimmt. Mit Kuh kannst du die wegwerfen. Ja, ey, das kommen durcheinander. Ich dachte, wir reden den ganzen über'n Pferd. Nur weil du die ganze Zeit über Pferden reden willst? Ich finde, der Leno hat so ne typische Stimme für die GameStar, für die Redaktion, die so Videos schneiden. Machst du jetzt Werbung oder was? Machst du jetzt Werbung oder was? Nee, aber auf Planation gibt's ja sowas nicht. Tobi, äh, verpiss dich. Abo, 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 Abo. Ich hab dir auch schon gesagt, ja, ja, zu Dennis. Hier sind die. 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 Schönen Tag, hallo. Herzlich willkommen zurück hier. Guck mal hier, die Sexprobe vom PayZet hab ich dabei. Hat jemand ne Shotgun für mich? Ich hab die Sexprobe vom PayZet dabei. Wer wird sehen? Ich bin bei Kevin, ich bin bei Kevin, ich bin bei Kevin, ich bin bei Kevin. Guck mal hier. Bei wem bist du? Ich bin auch bei Kevin. Wer bist du bei Kevin? Alter, was ist er denn? Bei Kevin? Geil. Warum liegen hier zwei Bananen? Voll geraped, ey. Moment, das ist eine kaputte Banane. Warum hast du eine Bananen geputzt? Umbe! Was? Wo? Ich drück auf de Knöppje. Granate! Ob de Knöppjes. Ich fühl mich hier nicht so wohl dort in der Mitte. Ich drück auf de Knöppje. Kein Thema, ich wollte den Tippen zu uns. 50 Leuten umgeben. Oua. PayZet hat ne Granate geworfen. Ja, super. Ich hab ne Granate geworfen, hab ich schon gesagt. Tobi hat ne Granate geworfen. Alter! Alter! Warst du Dennis? Was ist das denn? Ich hab doch gar keine Granate geschießt, du Dödel. Ich bin... Alter, was war das denn? Er sagt, PayZet hat ne Granate geworfen. Wer schießt da? Lenne, was machst du da? Hero Schild, Mann. Alter. Jetzt kommt gleich wieder das Pferd. Geh weg. Das wehrt einfach alles ab. Ich geh mal in das Zimmer, ne? Das wehrt alles ab. Ey, ey, ey. Raus, raus, raus. Kevin, raus. Melcher, was machst du da gerade? Du stehst da so. Ja, darf ich nicht. Melcher ist im Traitor-Shop. Pass auf, Alter. Was wolltest du gerade machen? Anvisieren oder Traitor-Shop? Ne, 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 hör auf, Alter. Jetzt mach nicht wieder einen Random-Kill, ey. Nö. Nö. Ich wollte nur schon mal vorweg anmerken. Wer ist das hier? Ja, ja. Denno. Alter. Warte, warte, warte doch, warte doch, Mann. Alter. Kevin, Kevin hat's schickt. Nein, ich hatte ihn ja nicht zu mir. Ich hatte einen Leck, ich hatte einen Leck, wirklich. Schill doch, schill doch. Der Dritte, ist einer gerade gestorben. Ja, komm, lass uns doch. Ich bin doch hier, hör doch mal zu. Komm her, Dennis, komm zurück. Dennis, komm zurück. Komm, ey, Dennis, komm zurück. Ja, du hast doch geschossen eben. Weil du Leck hattest, ja, ja, klar. Komm, Alter, ich merk grad schon, ey. Ey, was willst du, ey? Komm, wir gehen dann halt da hin. Guck doch, ich hab einen Leck. Du hast gerade den Leck. Ich hab nur ne Sniper, Mann. Ich hab nur ne Sniper, Mann. Ich hab ne Sniper nur, komm. Alter. Boah. Alter. Was ist da, Patrick? Nein, boah. Ui, das war knapp. Alter. Der Major hat gerade auf mich geschossen. Der Major schießt. Nein. Warte, stopp. Patrick hat drauf geschossen. Ja, Patrick, warum schießt du einfach so? Oh, Mann. Random Kills im Lies, Mann. Das können wir nicht bringen. Oh, Patrick, Mann. Major? Nein, ich hab gedacht, das ist Patrick, ey. Taros, hör auf. Ich hab gedacht, du bist Patrick. Ey, das war ja mal der Mega-Armel. Wie war das jetzt? Wer ist in den Bronzen gefallen? Major. Das war immer Hammer, ey. Das kann doch nur in der Bronzen gewesen sein. Ja, Mann. Major, ey. Ich seh nur in der Bronzen so. Ja, aber hast du mich jetzt getötet? Alter, Major wolltest du dich grad auch umbringen? Warum? Ja, weil der Major auf mich geschossen hat. Leute, hör mal alle auf, durcheinander zu quasseln. Also, wenn ich hier gelaufen bin, hast du den Boden weggemacht. Ich hab keine... Ne, das war ich doch gar nicht. Das war Dennis. Alter, hörst mich fast umgebracht. Alter, hörst mich fast umgebracht. Ich auch, mich auch. Ja, ja. Geilste, weil ich schieß den Endo so in den Kopf und alle gucken nicht so, weißt du. Warum ist Patrick lila? Yo. Du auch. Da brauchen wir den Lila jetzt. Alter, wir sind alle Lila. Was ist hier los? Ey, wieso hab ich schon wieder... Wir sind alle Traitor. Jedes magisches Alter. Mach mal die Tür auf, ey. Was ist denn da los? Ach, Mann, ey. Wo sind denn der Lila? Ich komm gar nicht mehr drauf klar hier. Was geht denn mit der Tür hier? Hä? Hier sind Leute pink. Hier sind alle pink. Wow. Wo war das? Ne, bei mir waren gerade nicht alle pink. Pink Major. Ne, ne, das ist... Wer steht denn da hinter der Tür und wäscht die ganze Zeit eh? In der Runde. Pink Major. Alter, was geht denn hier? Ach, hier. Tür steht hier. Weiß ja einer, wo eine Shotgun liegt oder so? Soll ich dir... Hier, hast du eine. Komm her. Hallo, mach doch mal die Tür auf. Ich komm in den Flur. Ich komm in den Flur. Da könnt ihr alle sehen. Hi, Tobi. Alter. Ey, warum schießt du, Tobi? Ey, Tobi schießt! Hört auf! Pelzett, Tobi! Ey, gib die Waffe wieder, Thomas. Pelzett und Tobi. Da liegt doch eine M16. Ey, ich hab mir die Schrot gegeben, Mann. Ach so, hab ich nicht gehört, sorry. Alter, ich hab meine ganze Muni fallen lassen. Du wolltest nur mit der Shotgun den Kevin killen, glaube ich. Ja, ja, genau. Ähm, Pelzett und Dennis hab ich gerade noch gehört. Ich dachte gerade, du wärst... Sorry, sorry, sorry. Ich hab meine Muni weggeschmissen. Warum mach ich das immer? Oh, Alter! Oh, Junge! Nein! Tobi war Traitor. Alter, wie du mich erschrocken hast. Junge, ey! Oh, da! Patrick, was? Tobi ist Traitor! Was redet ihr denn alle hier? Der ist tot, der ist tot. Patrick, es ist tot. Alter, wer bist du? Was war das? Oh, Junge! Ich schreck mich da nicht so. Wieso bin ich geflogen? Ich bin hier mit... Wer ist das? Patrick! Ey, pass mal! Patrick, was machst du? Ja! Ja! Okay, der schießt von dir. Was? Ich bin... Lennos Traitor! Was? Okay. Nein, Patrick hat geschossen. Ich hab... Ja, Lennos. Ich hab überhaupt gar nicht geschossen. Ihr beide seid das. Kommt her, wenn ich euch einfach sehe, bringe ich ihn um. Ja, ja. Erster Schuss schon. Nein! Lennos! Ey! Blein! Oh, ist das dein Ernst? Komm Lennos, wo bist du? Yes! Nice, Alter! Das war schon so ein CS-Tricks gezeigt, Mann, hier. Sehr geil. Sehr geil. Das waren Patrick und Lennos, ne? Ja. Oder? Ja, ich war's noch nicht. Ja, ja. Ja, ja. Tobi, ey. Ich mach die ganze Zeit die Tür zu und er... Was ist mit der Tür los? Lennos, warum bin ich denn da geflogen? Was hast du mit mir angestellt? Drei Traitor ist so heftig, ey. Tobi muss erst einen auf Dore verführen, damit er schießen kann. Ne, ich find drei Traitor ist gut bei der Runde. Zwei Traitor schaffen das gar nicht. Vor allem bist du häufiger Traitor dann halt. Hüpfchen? Macht auch mal Spaß. Häufchen. Hüpfchen. Hä? Hä? Lasschen jetzt, ihr Schlamierer! Kevin ist Traitor! Ja! Pimmel. Innocent. 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 Raitor. Innocent Smoothie. Stabieren bitte. T-N-E-C-O-N-N-I. So. Gut aufgeschrieben. Da ihr sich so nen Zettel aufgeschrieben hat und da ist er auf so einem Schreber. Es ist kein Zettel, es ist eine Word Text Datei. Oh. Ja, ist natürlich noch besser. T-T-T-T-T-T-T-T-T. Also ich hab ein PDF mit Bild sogar. Kann ich nichts falsch machen. Bild E? T-T-T-T... Was ist hier los? Was ist hier los? Turbinator und Taros Was ist hier los? Komm mal kurz her Leute, kommt mal kurz alle zu mir Was ist bei dir? Er will nur die Bombe ausprobieren Nein, ich ruck hier, ich nehme Crowbanan Guck, drück mal hier Venture, Venture Alter Nee, nee, Leute, Patrick war's Patrick war's Dennis, ich hab da, pass auf Ernsthaft, Leute, ist das doch ernst gerade? Dennis Patrick war's, ohne Witz Ey, Dennis, wenn du mich killst, das ist random Patrick war's, oder? Was fliegt da, Alter? Warte, wo ist der Patrick? Was ist hier los? Ey, hör mal, wer ist das? Habe ich den random gekillt, oder was? Dennis hat, da war gerade eine Bombe Oder irgendwie eine Granate Der Major ist, der Patrick einfach nur zurückzahlen wollte, weißt du? Random kill Nein, er hat mich, weil er hat mich gekillt, Leute Ich meine, er wollte mich killen Er stand genau neben mir und hatte auch mein Handy Was ist hier los? Alter, der hat eine Schildkröte Der hab ich gefunden Alter Der hab ich gefunden, Alter Tobi 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 Robi? Hier ist Kevin, Achtung. Okay, du bist wirklich tot. Bonze, bist du clean? Okay, wer war Major? Nein! Major muss es gewesen sein. Warte, ich muss noch kurz die Spritze raus. Ich bin's gewesen, weißt du, jedes Mal. Was war das denn jetzt hier? Ey, ich hab ein bisschen Angst, ihr seid nicht mehr viele. Ich glaub, Leno ist es, weil Leno versucht immer die Schuld auf andere zu schieben. Ist das euch aufgefallen? Ja, du machst doch jetzt gerade das gleiche. Ne, aber ich hab ja nichts gesagt. Warte, Leno war es ja da. Warte, was ist denn hier auf dem Boden? Stopp! Warte mal, was ist denn das hier? Kevin, geh erst mal weg. Ich will erst mal leichter kommen. Ey, ich hab mir doch nur die Schrotville genommen. Ja, ja. Leno, du kannst mir vertrauen. Du hörst mir, was ich spende. Kevin! Kevin ist es, Kevin ist es. Kevin ist es. Kevin ist es. Wo ist der denn? Hier. Wer ist es? Leno ist es. Ah, nein, 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 nein. Ich hab, glaub ich, fünf Leute oder so gekillt. Wie der Major erst mal auch was gelingt, einer mit Poltergeist. Na, wo er noch vier ist. Meinen, nein, nein. Ah, ne! Mir war so klar, dass es der Major im Wes. So seine Stimme wieder hat sich da... Wie? Ey, vor allem, ich musste sofort lachen, wo Dennis auf mich kam. Und ich so. Hab er gar nicht gemerkt. Ich war das nicht. Ich war das nicht. Ja, eigentlich, guck mal Major. Ich war mir zu 2000 Millionen Prozent sicher, aber wenn ich dich getötet hätte, wär es wieder eine Random Kill gewesen, weil ich keinen festen Beweis hatte. Eben, das darfst nicht machen, das war sehr gut von dir, nächstes Mal warst du das gleiche. Aber wer heißt denn Patrick? Du sollst euch das gleiche sein, also weißt du der Welcher wieder, alter, der alte Türke. Aber du hast ja recht. Alter, wer hat denn da schon wieder den Pferd offen? Das ist doch mal den Gaul im Stall. Geht ein Pferd aufm Flur, äh Pferd aufm Flur. Ey, ich hab den Pferd offen. Und kack auf den Velour. Denno? Mh. Curry? Ich hab gedacht, du hast den Pferd offen, Alter. Bin mit dem Curry hier, ne? Ja, Pferd offen. Ey, wer will, wer will ein Maschinengewehr? Ja, natürlich, ey Major, kannst du hier keine bessere Anmache ausdenken bitte? Ey Major, kannst du mal einen Knife droppen? Ich dachte, der größte Noob will testen, ob ich ein Traitor bin, weißt du? Aber warum, alter, Lennu? Was macht ihr hier? Warum eskalierst du denn nicht schon wieder? Warum soll das denn? Ach, du meinst diese Propan-Greif, okay. Der Dennis schmeißt hier irgendwas rein. Ich hab gar nichts geschmissen, natürlich, bist du doof oder was? Dennis ist nicht clean. Guck, ey, da liegt ein Messer, da liegt ein Messer, was war das? Hier liegt ein Messer. Und du schießt aufm Boden und du fragst, was das war, ist das dein Ernst? Nein, Mann, das ist ne Granate hochgegangen, ich kämpf! Ey Bonze, lass mich nicht verarschen. Patrick ist bei mir. Ähm, okay Currywurst, Curry, Curry ist Traitor. Curry, ja, ja, ja. Lass mich nicht verarschen von Lea. Ah nein! Nein! Puh! Wunderschön. Trotzdem, die kleinen Messer. Wer schießt denn da? Das gibt's doch nicht, ey. Leno hat gerade auf mich geschossen. Bist du Traitor, Patrick? Ey. Hallo! Patrick, Patrick, hör auf! Patrick, Patrick! Sorry, sorry, ich dachte du wärst Lenno! Lenno! Ich bin nicht Lenno, Mann! Mann, ich bin nicht Lenno! Mann, 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 Mann! Ah ja, Lenno, vergibst es! Vergibst es, Lenno! Oh. Ja, Lenno war innocent, tut mir leid. Wer lebt denn jetzt noch? Ich bin auf jeden Fall noch da. Dann bist du Traitor. Nee, du musst Traitor sein. Nee, ich bin innocent. Ich bin auch innocent. Sascha. Ich bin mega innocent. Dann muss noch ein anderer am Leben sein, wenn du kein Traitor bist. Dann ist Patrick, Patrick? Nee, Patrick noch? Nee, Patrick ist nicht mehr da. Ja, wir sind ja nur noch zu zweit. Dann kannst nur du es sein, lieber Sascha. Kann gar nicht sein. Hä? Nee, natürlich. Ich hab eben... Nein, 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 nein! Boah! 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 Alter! Wer kommt noch her? Hey, hallo Sascha! Hey! Bist du denn? Boah! Was denn? Boah! Boah! Ja, sehr geil Tobi! Oh Mann, Sascha ey! Schade! Sorry Leno, sorry Leno, sorry Leno, sorry Leno, sorry Leno! Nee, ich fand das nur gut, das war so geil abgewandt. Ja, ich hab die Runde einfach so runter, als wär's ne Rampe, weißt du? Ja, Tobi! Ich hätt ja nicht die ganze Zeit campen können. Tobi läuft da so runter, ey geil! Und spring wieder raus, ey! Und der Beutel ist halt abgestürt, sowas! So, das macht letzte Runde. Taurus macht das Ding runter, Tobi guckt kurz und dreht einfach um, weißt du? So voll, lässt sich nicht beirren. How about no? Genau. Ja, die letzte Runde! Kriegst n' Faxe oder was? Zieh nitsch! Bitte was? Hallo Freunde! Wieha! Ey, könnt ihr mal mit diesem Pferd aufhören? Steht ein Wert auf dem Flur! Hallo Ben! Hab keine Waffe! Hab keine Waffe! Hab keine Waffe! Hab keine Waffe! Ja- Aber Ai- Wonnenast!? I-N Nazi- uns oder zu früh Mustust- As innocent habe ich gelernt, bleibt bei dir! Alter! Da wurden geschossen! Ich habe auf das Pupan geschossen und ich wusste ob es hoch ist. Ja- Master- Nelson! Da müssen zusammenbleiben, Leute! Aber wer muss zusammenbleiben, die Traitor müssen zusammenbleiben, oder was? Taross! Ich. Toaaarrck! Okay, Taross. Okay, Taross. Taross dann sag mal. Taross dann sag mal bitte. Ich bin innocent.- Ich bin innocentwelt nickname. Hör auf mich aufzuschießen. Sag, ich bin ein Traitor. Ei foreign- Weirds, ich bek incredible! Ich bin ein Traitor. Ich bin Deutscher. Da ist jemand drin. Da ist jemand drin. Das ist der Major. Das ist der Major. Du bist hier grad ganz schnell raus gekommen, mein guter kleiner Freund. Ich hab dich lachen gehört. Leute, alle wissen, dass Dennis jetzt Traitor ist. Komm, wir gehen alle hier in die Dusche. Glaub ich auch. Immer wenn Dennis so kommt, ist er Traitor. Weißt du, ich steh hinter ihm. Ich steh hinter ihm. Er sagt, ich war da drin. Lennopayzett, Lennopayzett, Lennopayzett. Der Fakt, dass Dennis nicht darauf eingeht, heißt, dass er wirklich Traitor ist. Hilfe, was machst du, Mann? Dass Dennis Traitor ist, ist ganz klar. Er wird auf mich schießen in jedem Moment. Hilfe, Hilfe. Taros schießt auf mich. Taros schießt auf mich, Hilfe. Wehe Curry, wehe Curry. Du wirst gesehen, wenn du mich abschießt. Wieso schießt du mich jetzt ab, Mann? In welchem Raum denn? In welchem Raum ist der? Taros schießt. Weil du im geheimen Zimmer drin warst, da können nur Traitor reingehen. Wo ist Dennis? Ich hab ihn doch überführt. Wer denn der Major oder was? Der Major? Ist der auch Traitor? Ja, das hab ich ja gefragt. Das war ne Frage. Also wirklich, wenn ich ernst, wenn ich wirklich verdacht hab, ja? Würde ich sagen, Lennopayzett. Weil Perzett sich die ganze Zeit hinten auffaltet. Ist klar, ich bin jetzt ja immer bei dir. Ja, einer ist ja tot. Ich hab handfeste Beweise. Ich hab handfeste Beweise. Traitor sind Patrick und... Feste Beweise ist klar. Patrick und Dennis. Ist klar. Ganz feste Beweise. Boah, das sind super Beweise. Sag mal, wo ist der Eingang? Wo ist der Eingang zwischen dem Raum? Taro? Patrick, Renno und Dennis. Okay, wir versammeln uns vor dem geheimen Raum. Ja, okay, komm. Aber Leute, guck mal. Ich kann dir schon sagen, warum ich... Ja, Major, ne? Tau, versuch. Ich kann dir sagen, warum ich innocent bin, weil ich ja mal einen eigenen Traitor-Kollegen angekündigt habe. Genau, Dennis ist clean. Ich bin auch so, er kann ihn auch verraten, weil ich das entdeckt habe. Ja, kommt doch alle. Warum diskutiert der denn? Kommt doch alle jetzt vor dem... Ja, ich bin doch da. Ja, wir versammeln uns hier. Zuerst geht der Patrick rein, weil Patrick Verdächtiger Nummer 1 ist. Ja, hier kann er nicht reingehen. Ja, wie soll ich das machen? Ich sehe ja nicht mal das Symbol. Achso, da ist ein Symbol, Patrick. Bester Test. Oh, ich war auch schon Traitor. Achso, das sieht man nur, wenn man Traitor ist. Ah, ja. Okay, Major. Ne, ne, ich wusste gar nicht, dass hier was ist. Major, Alter. Bobby ist klar, Major. Ist klar. Immer andere Verdächtigen. Ja, ja. Lass doch mal die Leute ausreden. Muss er grad sagen. Ja, Patrick versucht Dinge wie random kills zu machen. Ich weiß nicht, warum es ihm so in letzter Zeit liegt, aber... Ja, die ganze Zeit, ist klar. Stopp mal. Jetzt chill doch mal jetzt ein bisschen. Stopp mal. Das ist auf keinen Fall. Weil er hat den Bronze getötet. Ich bin's auch nicht, weil ich den Bronze entdeckt habe, dass er da drin war. Der Taros und ich sind definitiv unschuldig. Ich glaube, es ist tatsächlich der Patrick und der Leno. Also, das sagt die beiden. Ah, Patrick natürlich, Mann. Ja, natürlich. Dann tötet ihr mich und dann... Oh! Er war es ja gar nicht. Ja, dann kill mich doch mal, wenn du dich traust. Ne, wir brauchen das doch gar nicht. Ne, wir brauchen das doch gar nicht. Brauchen wir ja gar nicht. Wir haben die Zeit ablaufen lassen. Ja, eben. Ja, okay. Dann warten wir jetzt hier. Dann warten wir hier. Okay, warten wir. Komm, den Headshot hast du schon viermal gemacht. Komm, mach das nochmal. Viermal ist klar, ey. Voll woanders, ey. War's nicht, fünfmal. Hallo, guck mal. Ich hab keine Waffe auch. Headshot, komm. Mit der Stange. Ey, hört auf Granate zu werfen. LENO! Ich hab nichts geworfen. Ich hab nichts geworfen. Ich hab echt nichts geworfen. Da bleib stehen, LENO. Warte, bleib stehen. Bleib stehen, LENO. Das war der Tobi. Das war der Tobi. Nein! Wie ich gesagt hab, LENO. Ist das dein Ernst? Ich hab aber nichts geworfen. Ne, Tobi war das. Nicht? Nein. Alter, bei mir sah das zu... Alter, dann stand der Tobi genau in der gleichen Zeit neben dir und hat die Granate geschmissen. Von dir aus kam noch eine Granate geflogen. Ne, Tobi war das. Nein, nein, nein. Ich stand hinten in dem Raum, wo du mich gerade gesehen hast, wo ich reingelaufen gekommen bin. Ja, eine sehr, sehr emotionale Folge. Aber LENO, ich hab dich getötet, du kleines, wieses Schweinchen! Scheiße! Und ihr seht uns... Wir wollen uns mal beruhigen in der letzten Folge. Ja, man sieht schon... Da gibt's schon die ersten Differenzen. Ja, Peyset ist immer scheiße. So, äh... Schuldig, immer schuld, wollte ich sagen. Schuldig, Patrick. Äh... Schuldig, Patrick. Wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Und Peyset ist doch ein netter Kerl. Kann man ja auch ruhig sagen. Tschüss. 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 Tschüss.